Hallo zusammen. Willkommen in San Marino. Das Wetter hier ist wieder einmal herrlich. Geil! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alesi, kollidiert mit Zanardi. Anis, fährt an die Boxen. Frenzen, fährt in die Boxengasse. Sein Team sitzt offenbar auf eine 3-Stopp-Strategie. Alesi, fährt jetzt wieder aus der Boxengasse. Sein Team sitzt offenbar auf eine 3-Stopp-Strategie. Frenzen, fährt jetzt wieder aus der Boxengasse. Sein Team sitzt offenbar auf eine 3-Stopp-Strategie. Benetton steht an der Box bereit. Du bist jetzt Ester. Marichello ist jetzt Zweiter. Mit fast 10 Sekunden hinter dir. Williams steht an der Box bereit. Arrows steht an der Box bereit. Arrows, fährt an die Boxen. Alexander Arrows, fährt jetzt wieder aus der Boxengasse. Sein Team sitzt offenbar auf eine 3-Stopp-Strategie. Zanardi fährt in die Boxengasse. Arrows steht an der Box bereit. Arrows, fährt jetzt wieder aus der Boxengasse. Sein Team sitzt offenbar auf eine 3-Stopp-Strategie. John steht an der Box bereit. Du bist jetzt Ester. Marichello ist jetzt Zweiter. Mit fast 10 Sekunden hinter dir. Benetton steht an der Box bereit. Trulli fährt an die Box. Jacques Villeneuve wurde angehempelt von Damon Hill. Villeneuve hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Benetton steht an der Box bereit. Ein Dreher in Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelben Flakken. Ein Dreher in Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelben Flakken. Genetton steht an der Boxengasse. Januar Nar Danke. Fuck 20 Sekunden. H louder. Damon Stecking an der Boxengasse. Du bist jetzt Ester. Marichello ist jetzt zweiter mit fast 10 Sekunden hinter dir. BAR steht an der Box bereit. 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 Steward steht an der Boxbereite. Die L fährt in die Boxengasse. Du bist jetzt erster. 15 Runden hast du noch vor dir. Marichello ist jetzt zweiter, mit fast 10 Sekunden hinter dir. Marichello fährt an die Box. Okay, ich sage den Jungs von der Crew Bescheid. B.A.R. steht an der Boxbereite. Okay, ich sage den Jungs von der Crew Bescheid. Finale steht an der Boxbereite. Reifelarme runter. B.A.R. steht an der Boxbereite. B.A.R. kollidiert mit Jean Alesi. Jean Alesi hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Williams steht an der Boxbereite. Du bist jetzt erster. Cooltard ist jetzt zweiter, etwa 10 Sekunden hinter dir. Steward steht an der Boxbereite. Michael Schumacher fährt in die Boxengasse. Schumacher hat seinen Front-Spoiler verloren. Takagi wurde angerempelt von Schumacher. Takagi hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Michael Schumacher ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 1. Johnny Herbert kollidiert mit Tolli. Jarno Trolli hat sich seinen Heckflügel abgerissen. Zauber steht an der Boxbereite. Jarno Trolli hat sich einen Blick nach den Punkbußen. Ba. 后as Box. Arrows steht an der Box bereit. Kulturs ist jetzt Erster, etwa 10 Sekunden vor dir. Du bist jetzt Zweiter. Norwein ist jetzt Dritter, etwa 5 Sekunden hinter dir. Frost steht an der Box bereit. Williams steht an der Box bereit. Torrattacargi fährt in die Boxengasse. McLaren steht an der Box bereit. Janot Rolli fährt an die Box. Sonntag wurde angerümpelt von Kulturs. Kulturs hat seinen Frontspoiner verloren. Ein Dreher in Streckenabschnitt 3. Achte auf die gelden Flaggen. Du bist jetzt Erster. 12 Runden gibt es noch zu fahren. Kulturs ist jetzt Zweiter, weniger als 3 Sekunden hinter dir. Jahrhundert. Untertitelung. Wir kommen jetzt zurück. Ja. Wir kommen jetzt weiter. Wir sind immer noch größer. Wir kommen hier. Wir kommen hier ins Juan. Das ist immer noch größer. ich bin hier in der Boxen. Wir kommen hier in der Boxen. Wir kommen hier in der Boxen. Ja. Untertitelung. BR 2018 B.A.R. steht an der Box bereit. Du bist jetzt in der. Elf runter, hast du noch vor dir. B.A.R. ist jetzt zweiter, mit fast 10 Sekunden hinter dir. Riccardo Sontag leert in die Boxengasse. McLaren steht an der Box bereit. Zauber steht an der Box bereit. David Coulthorff fährt an die Box. David Coulthorff fährt an die Box. Inis fährt in die Boxengasse. Du bist jetzt in der. 10 Runden gibt's noch zu fahren. Riccardo ist jetzt zweiter, mit fast 15 Sekunden hinter dir. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ost steht an der Box bereit. Meine Taten steht an der Box bereit. Olivier Panisse fährt an die Box. Du bist jetzt in der Box. Acht Runden gibt's nur zu fahren. Barichello ist jetzt zweiter mit fast 10 Sekunden hinter dir. Robert Barichello wurde angehempelt von Luca Badoria. Barichello hat sich seinen Heckflügel abgewissen. Jordan steht an der Box bereit. Alexander Roth kollidiert mit Johnny Herbert. Johnny Herbert hat sich seinen Heckflügel abgewissen. Einfach als Fremdung. Träger in die Boxgasse. Stuart steht an der Box bereit. Arrows steht an der Box bereit. Du bist jetzt in der Box bereit. Du bist jetzt in der Box bereit. Sieben Runden hast du noch vor dir. Rhein ist jetzt zweiter. Etwa 20 Sekunden hinter dir. Der Rhein fährt an die Box. Okay, ich sage den Jungs von der Crew Bescheid. Robins Barichello fährt in die Boxgasse. Williams steht an der Box bereit. Reisenbarmer runter. Jordan steht an der Box bereit. Johnny Herbert fährt an die Box. Du bist jetzt in der Box. Du bist jetzt erster. Sechs Runden gibt's noch zu fahren. Irwin ist jetzt zweiter. Etwa 35 Sekunden hinter dir. Daumen Hill fährt in die Boxgasse. Mark Schöning fährt an die Box. Er ist ja, es ist nicht so. Er ist nicht so. Er ist ja, es ist so. Er ist ja, es ist so. Er ist nicht so. Er ist ja, es ist so. Wir schauen, es ist so. Er ist ja, es ist so. Er ist ja, ich bin so. Der Rhein-Protz. David, Quartart. Er ist in die Boxgasse. Poltarat hat zuheben die schnellste Rundenzeit unter Boden. 2. 2. 5 Hunden, Tastanum vor dir. 5. 3. 5. 5. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du bist jetzt erster. Vier Runden gibt es noch zu fahren. Vorwein ist jetzt zweiter. Etwa 25 Sekunden hinter dir. Gut gemacht. Du bist gerade die schnellste Runde dieses Rennens gefahren. Untertitelung. BR 2018 Du bist jetzt erster. Drei Runden passen noch vor dir. Vorwein ist jetzt zweiter. Etwa 25 Sekunden hinter dir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du bist jetzt erster. Du bist jetzt erster. Zwei Runden gibt es noch zu fahren. Vorwein ist jetzt zweiter. Etwa 25 Sekunden hinter dir. Ein Dreher in Streckenabschnitt 2. Achte auf die gelben Flak. Bremsen ist aus dem Rennen irgendwo im Streckenabschnitt 2. Bremsen ist aus dem Rennen irgendwo im Streckenabschnitt 2. Bremsen ist aus dem Rennen. Bremsen ist aus dem Rennen. Du bist jetzt erster. Bremsen ist aus dem Rennen. Ich bin jetzt ein Rennen. In Rennen. Du bist jetzt Iser. Das ist die letzte Runde, nicht anhaltend! Norwein ist jetzt zweiter, etwa 25 Sekunden hinter dir. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Du gewinnst den großen Preis von San Marino.